Hey, schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um den Akku Pool Sauger von Intex, den ich getestet habe, jetzt ungefähr vier Wochen. Und dazu erzähle ich euch was. Als erstes würde ich mich aber dennoch um ein schnelles Abo freuen, damit ihr auch immer die neuesten Videos von mir seht. Und wenn ihr euch für dieses Produkt oder andere Produkte, die ich vorstelle, interessiert, dazu findet ihr immer den Link zum möglichst günstigsten Preis aktuell unten in der Videobeschreibung. Also ich habe seit ungefähr vier Wochen diesen Akku Pool Sauger und ich habe mir den für meinen Whirlpool besorgt, um damit Dreck vom Boden zu saugen und das geht erstaunlich gut damit. Ich hätte es selber nicht gedacht, aber gerade die Leute, die einen Whirlpool haben, die kennen das Problem. Da hat man nämlich nicht die Möglichkeit, einen Saugschlauch anzuschließen, sondern man ist eigentlich auf so etwas hier angewiesen und das funktioniert auch. Der wird folgendermaßen ausgeliefert mit einer Teleskopstange, die auf 2,82 Meter oder so ausziehbar ist. Diesen beiden Düsen, die man da unterschiedlich aufstecken kann, je nachdem, was man vorhat. Dann gibt es noch einen Teleskopstangenadapter für andere Teleskopstangen. Wenn man schon eine hat, die besser findet, die länger ist oder kürzer, wie auch immer, dann kann man diesen Adapter verwenden. Und im Inneren, da gibt es zwei Möglichkeiten von Netze. Einmal ein grobes Netz, wenn man wirklich nur grobes rausfiltern möchte. Oder man kann dahinter noch so eine Art Socke packen für noch feineren Dreck, den man aus dem Whirlpool oder Pool heraus haben möchte. Das Ganze machen wir jetzt einmal. Ich habe extra etwas Dreck in meinen Whirlpool geschmissen, um das ein bisschen zu demonstrieren, wie das funktioniert. Man muss hierbei aufpassen, dass man den Akkusauber langsam nach vorne bewegt, damit der Dreck durch die Verwirbelung von den Bewegungen alleine nicht wieder irgendwo anders in den Pool wandert, sondern der schön liegen bleibt. Also ruhig und langsam den Boden absaugen. Das funktioniert echt super. Da habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt, außer die Steine sind zu groß. Dann reicht die Saugleiste manchmal nicht aus, aber dann kann man sie auch eigentlich mit der Hand rausfischen. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen dieses Produktes. Also der größte Nachteil, den ich eigentlich an diesem Akkusauger hatte, der mich wirklich gestört hat, ist hinten dieser Verschluss vom Stromanschluss, diese Gummikappe. Diese Gummikappe färbt zum einen ab. Das finde ich echt blöd. Also man hat danach immer schwarze Finger, man kann das zwar wieder wegreiben, aber erstmal hat man schwarze Flossen und sie geht sehr schwer wieder drauf. Also man muss wirklich achten, dass man die genau gleichmäßig drauf macht und dann runter drückt. Also man darf nicht verkanten, sonst da habe ich am Anfang auch minutenlang gehangen, bis ich da verstanden habe, wie das funktioniert. Aber ja, geht vielleicht nicht anders, damit wirklich wasserdicht ist. Zusätzlich ist dieser Akkusauger mit einem Wassersensor ausgestattet. Bedeutet, er geht, so wenn man außerhalb vom Wasser ist, überhaupt gar nicht an. Er springt erst an, wenn er unter Wasser sich befindet. Wahrscheinlich um innen drin die Pumpe zu schützen vor Überhitzung oder was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. So, also ich bin jetzt nach anderthalb Monaten ungefähr mit diesem Pumpe absolut zufrieden, weil ich hätte vorher gar nicht gewusst, wie ich den Dreck vom Boden meines Whirlpools bekommen soll, da man ja nicht mit einer Sandfilteranlage ausgestattet ist, wo ein Schlauch anschließbar ist. Aber auch für Poolfreunde, die vielleicht nicht immer den richtigen Poolsauger mit Schlauch anschließen wollen, sondern mal ganz schnell eben was schnappen und einmal den Dreck vom Boden entfernen. Dafür ist das definitiv das richtige Produkt. Vor allem auch in einem Preissegment. Je nach Saison kostet er zwischen 50 und 100 Euro. Also ich habe, glaube ich, 52 Euro bei Amazon dafür bezahlt. Und da müsst ihr einfach auf den richtigen Moment warten, da ein Schnäppchen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. So, mehr habe ich dazu auch schon gar nichts zu sagen. Will euch auch nicht länger jetzt aufhalten. Wie gesagt, ich würde mich über ein Abo freuen. Produktlinks in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Mal.